Söndchen, die André-Läubel-Show. Zieh dir die Schuhe aus. Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört? Oder vielleicht sogar selber gesagt. Denn wenn wir woanders reinkommen, in eine Wohnung, in ein Haus, dann werden wir oft gebeten, uns die Schuhe auszuziehen, damit wir keinen unnötigen Dreck mit reinbringen. Macht ja auch Sinn. Und genauso machen wir das vielleicht auch, dass wenn andere zu uns kommen, dass wir sagen, bist du bitte so lieb und ziehst dir die Schuhe aus. Ich erinnere mich auch immer noch sehr gerne daran, wenn Monja und ich meinen Dad besucht haben, wie er dann in die Kammer gegangen ist und extra für uns Filzpantoffeln rausgeholt hat, weil wir die Schuhe ausgezogen haben. Und auch bei uns unten im Flur, da liegt so eine große Schmutzfangmatte. Denn gerade jetzt im Herbst, wenn es regnet, wenn schlechtes Wetter ist, wobei schlechtes Wetter in Anführungsstrichen, aber wenn es regnerisches Wetter ist. Und ich bin mit Sunny, dem Plankton, unserem Hund raus. Dann komme ich wieder. Dann sind wir beide erstmal nass. Und dann ziehe ich mir die Schuhe aus auf dieser Matte, hole Sunnys Handtuch und dann hält er mir schon die linke Pfote hin, weil dann wird die linke Pfote abgetrocknet. Und dann wird die rechte Pfote abgetrocknet. Dann dreht er sich um. Macht er alles schon selber. Das ist so süß. Und dann trocknen wir die Hinterpfoten ab. Und dann rubbel ich ihm noch sein Fell trocken und unterm Bauch und den Kopf noch so. Und dann ist er so einigermaßen trocken. Er ist ja kein Kurzhaarhund. Aber so einigermaßen trocken. Und dann kann er weiter düsen. Das heißt, wir alle schauen ja in der einen oder anderen Art und Weise, dass wir keinen unnötigen Dreck bei uns zu Hause haben. Dass wir nicht den unnötigen Dreck da mit reinschleppen. Ist ja klar. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, warum sind wir so oft auf den sozialen Medien und erlauben da anderen Menschen mit dreckigen Schuhen, mit Dreck und Kacke unter ihren Schuhen, durch unseren Kopf und auch durch unser Herz zu laufen? Warum gehen wir da hin und erlauben anderen, dass sie da das Gefühl von Unzulänglichkeit in uns reinpacken? Warum erlauben wir, dass da das Gefühl in uns reingepackt wird, in unsere Wohnung, in unser Haus? Dieses Gefühl, wir wären nicht gut genug oder nicht weit genug. Oder wir hätten unser Leben nicht so wirklich im Griff, weil wir nicht so mega top organisiert sind und nicht alles glänzt und blinkt und so. Oder wir hätten unser Business nicht wirklich im Griff oder wir wären nicht weit genug mit unserem Business oder so. Oder wir lassen uns da sogar das Gefühl einpflanzen, wir wären irgendwie verkehrt. Denn in diesen sozialen Medien werden oft die Gefühle von Unzulänglichkeit, ich bin nicht genug, ich bin nicht so wie die, auch oft die Gefühle von Angst verbreitet und die Gefühle von Unsicherheit. Und all das wird in unseren Kopf und in unser Herz eingepflanzt. Warum erlauben wir das eigentlich? Und noch spannender, warum gehen wir eigentlich immer wieder da hin? Was glauben wir denn da, was da ist, dass wir da immer wieder hingehen? Echter Austausch mit anderen Menschen findet da ja nicht wirklich statt. Das ist ja mehr so, dass sich da jeder um sich selber dreht und zeigt, wie toll er ist und genau das halbe Prozent aus seinem Leben zeigt, was gut aussieht und so. Und dann hofft, dass er möglichst viele Likes dafür kriegt. Oder da sind dann halt andere unterwegs, die ihren Lebensfrust irgendwie ausleben und dann andere trollen oder so. Und warum gehen wir da hin? Wenn wir uns mit anderen Menschen wirklich austauschen wollen, was machen wir denn dann? Dann rufen wir die direkt an, oder? Oder wir treffen uns mit denen, eine wilde Idee, so von Angesicht zu Angesicht. Oder wir schreiben die vielleicht erstmal an, so über, weiß ich, Telegram, E-Mail, irgendwas. Also ich pflege keine Kontakte über Facebook, Instagram oder so. Und das wirkliche Ding ist ja auch, selbst wenn unsere Wohnung einigermaßen sauber ist, und wir fühlen uns gut heute, sagen, yeah, mir geht's gut, ich bin in Verbindung, ich bin fröhlich, ich habe ein Lächeln auf den Lippen, die Welt ist gut. Wir haben keinen Dreck in unserer Wohnung, was machen wir dann? Dann nehmen wir unser Handy, dann nehmen wir unser Handy, machen das an und suchen nach dem Dreck. Wir suchen nach dem Dreck, den wir uns ins Haus holen können. Wir suchen nach all den Gerüchten. Wir suchen danach, irgendwo gibt es bestimmt ein Wir gegen die. So irgendwas, Wir gegen die, und wir sind auf jeden Fall besser als die, weil die haben alle doofen Ohren und stinken. Und wir suchen dann irgendwie danach, wo irgendwas ist, ja, guck mal, die sind viel hübscher und die sind viel erfolgreicher und die sind viel besser als ich und so. Niemand zwingt uns dazu. Die Frage ist, macht das wirklich Sinn? Ist das die Verwendung unserer Lebenszeit, die Gott für uns vorgesehen hat? Erfüllen wir damit unsere Berufung? Bringen wir so mehr Leichtigkeit, mehr Liebe, mehr Freude in die Welt? Stärken wir so das Gute in der Welt? Stärken wir so das in der Welt, was wir da wirklich sehen wollen? Indem wir uns jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag immer wieder und immer wieder freiwillig den Dreck und die Kacke ins Haus schaufeln? Indem wir uns freiwillig die Gefühle von Unzulänglichkeit, von Angst, von Unbedeutsamkeit ins Haus hineinholen und unser Haus nicht nur dreckig damit machen, sondern alle, die dort wohnen, auch langsam vergiften? Denn dieser ganze Dreck, dieses ganze Gefühl, ah, du bist nicht gut genug und ja, dann sind wir weiter. Außerdem, irgendwas stimmt auch nicht mit dir. Was ist los mit dir? Also dieser ganze Dreck, das führt uns weg von uns selber. Das führt uns weg von dieser unglaublichen Macht, die wir alle haben. Das führt uns weg von dieser Kraft, die in uns wohnt. Dieser ganze Dreck führt uns weg von dem Gefühl, dass wir geliebt sind, dass wir beschenkt sind. Er führt uns weg von dem Gefühl von Dankbarkeit. Denn wir schauen da nicht mehr auf das, was wir schon haben oder erreicht haben, sondern unser Fokus wird immer nur auf das gelenkt, was wir noch nicht haben und warum es uns dann bitte mal schlecht gehen soll, wenn wir das noch nicht haben. Er Fokus wird darauf gelenkt, was mit uns alles nicht stimmt und so und wie klein wir vielleicht noch sind und so. Das heißt, dieser ganze Dreck führt uns weg von unserem Leben. Und mit unserer Wohnung oder unserem Haus ist das ja relativ einfach. Da holen wir erstmal den Staubsauger aus der Ecke und machen den an so und wird erstmal der grobe Dreck weggesaugt. Anschließend kommt der Wischmopp, schwubbliwupp, dann wird der geschwungen so und schon ist alles wieder glänzi, sauber, ja, pixaduba. doch was einmal in unserem Kopf drin ist oder vielleicht sogar in unserem Herzen, das geht da vielleicht nicht so schnell wieder raus, weil wir das den ganzen Tag mit uns herumtragen und weil es den ganzen Tag auch immer wieder mit uns spricht und sagt, siehste, aha, bist du doch nicht gut genug, bist du doch nicht weit, schau dir mal die anderen an, wie weit die sind, wie hübsch die sind, wie erfolgreich die sind, schau sie dir an, schau sie dir an und so redet das den ganzen Tag mit uns und deswegen dürfen wir sehr aufmerksam sein, welche Energie, welche Gedanken hole ich mir denn in mein Haus? Wo gehe ich denn hin und lade die Leute ein, die in mein Haus hineinkommen sollen? Gehe ich da freiwillig hin und hole mir die Leute mit den dreckigsten Schuhen, mit den schlechtesten Manieren, die mir nur auf den Fußboden rotzen, alles rumwerfen, alles zerstören, alles kaputt machen oder, 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 oder treffe ich eine andere Wahl? Treffe ich die Wahl, mir da freundliche Leute reinzuholen? Treffe ich die Wahl, mir die Sonne ins Haus zu holen? Ja, Pixaduba, Söndchen, ja! Treffe ich die Wahl, Gott in mein Haus zu holen? Treffe ich die Wahl, meine eigene Größe in mein Haus zu holen? Treffe ich die Wahl, Liebe und Verbundenheit in mein Haus zu holen? Denn das hier ist unser Haus. Wir wohnen da drin, jeden Tag. Unser Kopf und unser Herz sind unser Haus. Und es ist nicht so, dass wir da irgendwie die Tür zumachen, dann sind wir draußen. Irgendwann mal, ja, klar, aber bis dahin haben wir dieses Haus immer dabei. Und da dürfen wir sehr aufmerksam sein. Wen hole ich mir da freiwillig in mein Haus hinein? Und diese Wahl treffen wir jeden Tag. Niemand steht mit der Knarre hinter uns und sagt, ey, jetzt mach's aber mal Facebook an. Wenn du jetzt nicht sofort Instagram aufmachst, dann passiert was ganz Schlimmes. Nee. Sondern wir machen das freiwillig. Das heißt, wir haben eine Wahl. Und dann lass uns doch die Wahl treffen, die auch sinnvoll ist für uns. Die Wahl treffen, die uns verbindet mit Gott, die uns verbindet mit dem Leben, die uns verbindet mit uns selber und mit Mutter Erde. Lass uns die Wahl treffen, sodass wir die Dankbarkeit und die Weite in unserem Herzen spüren. Dass wir uns wieder daran erinnern, das Leben ist gut und es ist so gut, am Leben zu sein und ich bin so gesegnet mit lieben Menschen in meinem Leben, mit lieben Wesen in meinem Leben und ich bin auch materiell so gesegnet und es ist gut, ich zu sein und es ist gut, jetzt hier zu sein. Lass uns eine Wahl treffen, die Sinn macht. Die Sinn macht.